Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ignoriert Warnungen über Glyphosat. Glyphosat ist ein weltweit eingesetztes Unkrautbekämpfungsmittel, welches von mindestens 91 Chemieunternehmen in 20 Ländern hergestellt wird. Dr. Stephanie Zenne vom Massachusetts Institute of Technology leitet eine 30-Jahre-Studie über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheiten. Sie ist dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Glyphosat tötet die nützlichen Darmbakterien und macht die in vielen Impfstoffen für Kinder enthaltenen Chemikalien wie Aluminium, Quecksilber und Glutamin erheblich giftiger. Zudem greift Glyphosat vor allem Leber und Nieren an und hindert deswegen den Körper, sich von Glyphosat und anderen aufgenommenen Giften zu reinigen. Es hemmt außerdem die Fähigkeit der Leber, Vitamin D zu aktivieren, was den zunehmenden Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung erklärt. Zudem verursacht Glyphosat Allergien, Glutenunverträglichkeit und andere Darmprobleme. Man bedenke, dass nach Untersuchungen von Ökotest bei 7 von 10 untersuchten Großstädtern in Deutschland Glyphosat im Urin nachgewiesen werden konnte. Da 8 von 10 deutschen Brötchen Glyphosat belastet sind, ist Glyphosat offensichtlich ein Gift, das dazu beiträgt, die Gesundheit der gesamten Bevölkerung zu ruinieren. Angesichts dieser Zusammenhänge ist es ein Skandal, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bei ihrer Neubewertung der gesundheitlichen Risiken durch Glyphosat die Ergebnisse dieser Studie ignoriert und sich für eine Wiederzulassung ausspricht. Dies belegt wieder einmal mehr, dass überall Menschen sitzen, auch in der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, denen es nicht um das Wohl der Menschen geht. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserer Sendung Glyphosat – Lobbyismus auf Kosten von Gesundheit und Leben der Bevölkerung, welche Sie unter dem eingeblendeten Link ansehen können. Glyphosat – Lobbyismus